Hallo, mein Name ist Jessica Malisch, ich bin 38 Jahre alt und seit 2013 Mitglied der AfD. Ich bin gelernte Kauffrau für Spätschern und Logistikdienstleistungen und Chemielaborantin. Seit 2017 arbeite ich für einen Abgeordneten der AfD im Deutschen Bundestag im Wahlkreis Büro Köln. Ja, bei dem Ort war ich leider etwas eingeschränkt, da ich mich in Ratingen nicht ganz so gut auskenne. Ich wäre gerne im Skatepark gewesen, aber bei dem Wetter, das wir heute haben, war das leider nicht möglich. Deswegen stehen wir jetzt hier am Berliner Platz. Ja, und zwar habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe jetzt stellvertretend für viele verschiedene Apps das Logo von TikTok gewählt. TikTok ist eine der Apps, die sehr häufig von Jugendlichen derzeit genutzt werden. Und insgesamt ist eure Generation ja schon eine sehr digitale Jugend und deswegen dieses Logo.